Hey Dad, Jake will mir den Strand zeigen. Durften wir einen Spaziergang machen? Klar, warum nicht? Danke, bis gleich. Sind die nicht niedlich? Wenn der Bursche mein Mädchen anfasst, dann werde ich sie anfassen. Es ist 5 Uhr. Danke, ich hatte fast die Happy Hour verschlafen. Wo ist meine Tochter? Die sind noch nicht wieder hier? Warum komme ich wohl her? Na, ich dachte wegen der Happy Hour. Ich ruf Jake mal an, mal sehen, wo sie stecken. Ja, tun Sie das. Hat Ihre Tochter kein Handy? Das hat sie zu Hause vergessen. Kinder, hm? Es klingelt. Knall diese Schampe die ganze Nacht, knall sie die ganze Nacht. Knall diese Schampe die ganze Nacht, knall sie die ganze Nacht. Hey, das ist auf so schrecklich vielen Ebenen unpassend. Das ist auf so schrecklich vielen Ebenen unpassend. Knall diese Schampe die ganze Nacht, knall sie die ganze Nacht. Knall diese Schampe die ganze Nacht, knall sie die ganze Nacht. Knall diese Schampe die ganze Nacht, knall sie die ganze Nacht. Knall diese Schampe die ganze Nacht, knall sie die ganze Nacht. Deine Freunde bringen sie mir, bringe Magen zu einem Bild und sieht sie auch noch brennend aus. Knall diese Schampe durchs gesamte Haus, ruf mich an. Knall die Schampe, ruf mich an. Knall die Schampe, ruf mich an. Knall die Schampe, ruf mich an.